Hallo und herzlich willkommen zu unseren ACAD-Beratungsvideos. Mein Name ist Sebastian Glauner und heute stellen wir Ihnen den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen vor. Dieser stark nachgefragte interdisziplinäre Studiengang ist auch eines unserer beliebtesten Angebote und mit unseren vier speziellen Vertiefungsrichtungen bieten sich Ihnen natürlich vielfältige Möglichkeiten, die Herausforderungen der Industrie 4.0 erfolgreich zu meistern. Diese Vertiefungsrichtungen bei uns wären zum einen Produktentwicklung, Produktion, Logistik und Supply Chain Management und sowie technischer Vertrieb und Marketing. Kommen wir kurz zu unserem besonderen ACAD-Studienmodell. Alle unsere Studiengänge zeichnet aus, dass Sie mit wirklich nur sehr wenigen Präsenzveranstaltungen Ihr Studium absolut individuell und flexibel von zu Hause aus und online absolvieren können. Dabei nutzen Sie natürlich die Synergieeffekte eines berufsbegleitenden Studiums, da Sie sowohl Ihre Praxiserfahrung als auch das Neugelernte direkt verbinden und zu Ihrem Vorteil nutzen können. Unser sich quartalsweise wiederholendes Prüfungsmodell ermöglicht Ihnen den Einstieg ins Studium an eigentlich jedem beliebigen Tag des Jahres. Wir haben auch keine klassischen fixen Semesterzeiten, sondern bieten alle Prüfungen das ganze Jahr hindurch an, sodass Sie in Ihrem ganz eigenen Tempo den Zeitpunkt Ihrer Prüfungen bestimmen können. Ihr Studium bestreiten Sie auch vor allem mit unserem Online-Campus-System, das dieses Jahr mit dem Best-of-Award beim Innovationspreis IT in der Kategorie E-Learning ausgezeichnet wurde. Dort haben Sie all Ihre Lernunterlagen nochmals in digitaler Form, finden Kontakt zu Kommilitonen und Dozenten und haben alle wichtigen Informationen nur einen Mausklick weit entfernt. Als digitaler Pionier haben wir das berufsbegleitende Fernstudium konsequent digitalisiert und Sie finden vielfältige Übungsaufgaben, Probeklausuren, den Zugang zu Online-Bibliotheken und Online-Veranstaltungen über Ihr persönliches Campus-Profil. Auch zu Prüfungen und Veranstaltungen melden Sie sich über Ihren individuellen Terminkalender an. Wenn es hier ein paar Fragen geben sollte, stehen Ihnen die Kollegen der Betreuung sechs Tage die Woche mit Rat und Tat zur Verfügung und auch die Dozenten sind natürlich jederzeit online verfügbar und helfen Ihnen schnell und kompetent weiter. Unser Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen wurde eigens für die vielen Interessenten kreiert, die einen Ingenieursstudiengang an der Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft anstreben. Und Zulassungsvoraussetzung ist wie bei jedem anderen Bachelorstudiengang auch ein Abitur, eine Fachhochschulreife oder zum Beispiel auch eine Aufstiegsfortbildung wie ein Techniker oder ein Fachwirt. Sollten Sie jetzt nicht direkt über eine Hochschulzugangsberechtigung verfügen, ist auch das kein Problem. Da haben wir eine Lösung für Sie. Schauen Sie sich dazu gerne unser Video zum Thema Studium ohne Abitur an. Die Verlinkung finden Sie hier unten in der Infobox. Was können Sie sich also konkret von unserem Bachelor erwarten? Der Studiengang ist in sieben Leistungssemester aufgeteilt, die in etwa jedem Workload von ca. 30 Credits entsprechen. Neben den grundlegenden Kenntnissen des Studiengangs bekommen Sie von uns natürlich auch Schlüsselqualifikationen vermittelt, wie etwa Projektmanagement, interkulturelles Management oder auch Personalführung, die Ihr Portfolio abrunden sollen. Dies ist aber nur ein recht kleiner Teil Ihres Studiengangs. Den Großteil machen grundlegende und erweiterte Kenntnisse in den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft und Ingenieurswissenschaft aus. Grundlegende Kenntnisse im Bereich Technik wären zum Beispiel Mathematik, Physik und Statistik für Ingenieure. Und im Bereich der Betriebswirtschaft ist es so, dass wir Ihnen da grundlegende Kenntnisse vermitteln über die allgemeine BWL und auch in Fachgebieten wie zum Beispiel Investitionen und Finanzierung und auch der Unternehmensführung. Den Schwerpunkt bildet der Bereich Ingenieurswissenschaft, der Ihnen mit Werkstoffkunde, Fertigungstechnik und Grundlagen der Informatik eine solide Basis verschafft. Im fortgeschrittenen Teil des Studiums erweitern Sie diese Kenntnisse dann um die Bereiche Fertigungsplanung, Elektrotechnik sowie Steuerungs- und Regelungstechnik. Danach wählen Sie Ihre Vertiefung, die inklusive der Bachelor-Thesis dann ein ganzes Semester umfasst. Dort lernen Sie alles, um Experte auf diesem Gebiet zu werden. Danach schreiben Sie Ihre Bachelor-Thesis, gerne auch mit direktem Praxisbezug und dann haben Sie Ihren Abschluss auch schon in der Tasche. Und damit stehen Ihnen alle Türen offen im Deutschlands Schlüsselssektor. Denn als erfolgreicher Absolvent Ihres Bachelors hier bei uns an der Arcade University sind Sie ein gefragter, fachübergreifend einsetzbarer Experte, der etwa als Projektmanager, Ingenieur oder technischer Manager im Bereich der Industrie 4.0 überall einsetzbar ist. Aber das ist noch nicht alles. Wir bieten auch sogenannte Kompaktvarianten des Bachelors Wirtschaftsingenieurwesen an, wenn Sie schon über einen ersten grundständigen Studienabschluss im ingenieurswissenschaftlichen oder im betriebswirtschaftlichen Bereich verfügen. Ihr Studium bei uns würde dann sich auf lediglich noch vier Semester verkürzen und Sie müssten dann noch Module aus dem entweder betriebswirtschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen Bereich absolvieren. Das spart Ihnen natürlich Zeit und Geld. Wenn Sie Ihren akademischen Werdegang dann auch noch mit einem Master veredeln wollen, bieten wir Ihnen hier an der Arcade University natürlich auch dazu attraktive Angebote. Etwa ganz klassisch unseren Master Wirtschaftsingenieurwesen, den Master Technisches Management oder einen unserer gefragten MBA-Studiengänge. Na, klingt das nicht überzeugend? Wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder sich gerne von uns detaillierte Studieninhalte zusenden lassen wollen, zögern Sie nicht, sondern rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine E-Mail, chatten Sie mit uns über Skype oder melden Sie sich per WhatsApp. Meine Kollegen und ich stehen Ihnen gerne jederzeit unter der Woche zwischen 8 und 19 Uhr zur Verfügung und natürlich auch am Wochenende Samstags zwischen 8 und 16 Uhr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.